Im vorderen Bereich sind zahlreiche ausgeklügelte Ablagemöglichkeiten vorhanden, im besonderen links am Armaturenbrett, in den Türablagen auf der Fahrer- und Beifahrerseite, in der Mittelarmlehne und auf und unter der Mittelkonsole. Die Aufbewahrungsschublade wird elektrisch entriegelt und ist sowohl für den Beifahrer als auch für den Fahrer mühelos zugänglich. Das Volumen beträgt 12 Liter. Weiterer Stauraum ist im Font vorhanden, zum Beispiel in den Türablagen, ebenso wie in der Mittelkonsole. Untertitelung des ZDF, 2020